ja hallo zusammen da bin ich wieder mit meinem let's play zu sim city 4 und genau liebe leute wir waren beim letzten mal leider vor zwei wochen ja wir waren hier in der hauptstadt unterwegs ich habe leider in der letzten woche kein sim city aufgenommen was mir sehr leid tut an alle sim city vier fans aber ich hatte zu sehr mit dem finale von 0 zu kämpfen und ja auch daran hat es gelegen aber ich würde vorschlagen wir sind jetzt wieder mit voller elan am start und wir sehen hier dass wir ziemlich ausgeglichenes haben aber wir brauchen trotzdem ein paar mehr einwohner das heißt wir können hier einfach weiter warum würde ich vorschlagen ja wie gesagt jetzt mal nach keine ahnung fast zwei wochen wieder hier sim city 4 und genau wir waren beim letzten mal weiterhin expandieren ich wollte auch eigentlich mal fällt mir gerade zu einem schon mal eine autobahnbrücke machen aber wir haben beim letzten mal schon wie ihr hier seht einige brücken gebaut und warum seid ihr arbeitslos da oben das gefällt ah ok danke ist schon weg ok da kommt wieder so ein ding hier ein geschenkchen das kann erstmal weg nette begrüßung auf jeden fall erstmal und genau ja dann würde ich sagen herzlich willkommen zurück weiter geht's hier mit sim city 4 natürlich und ja ich denke mal wir können auch direkt hier weiter expandieren sprich das sind aber das sind gewerbe das sind gewerbegebiete ja das hier auch das ist gerade ein bisschen doof weil ich wollte eigentlich wohngebiete bauen boah schaut euch mal den flughafen an nee wie krass der genutzt wird krass der arme flughafen ja total verkommen sieht der aus aber ich denke mal dass wir das äh hinkriegen könnten genau das machen wir jetzt als erstes weil ich sehe gerade mir fehlen hier irgendwie die verbindungen ne ah ne die sind hier ok ähm da bin ich in die nacht der städte ich würde nämlich dann vorschlagen dass wir einen internationalen flughafen aufbauen und schau mal der passt genau hier rein der passt genau hier rein mensch weil der städtische flughafen ist überlastet und wie ihr seht die last hat sich wieder verteilt der ist wieder in einem guten zustand wunderbar und der hier wird auch schon zur hälfte gelustet der internationale flughafen so dann haben wir beide flughäfen nebeneinander sieht man auch nicht so oft auch jetzt ja was soll man dazu sagen ist halt notwendig hier im bisschen city und genau da würde ich mal vorschlagen können wir hier ja können wir sehr gut einen jetzt habe ich geradeaus versehen an meinem so ok einen schnellzugriff zum flughafen machen ganz genau so was haben wir denn hier noch wir haben einen friedhof den wir hier reinpacken könnten wenn wir es nicht zugebaut hätten toll da bauen sie schon wieder ein geschenk mensch ihr wollt mich aber verschenken aber es ist nicht notwendig so der friedhof kann man hierhin würde ich vorschlagen neben die gewerbetürbe der nächste dann auch so haben einfach doppelten friedhof hier direkt neben dem bürogebäude ich hoffe es wird nicht so schlimm hier die arbeitsbedingungen dass sie direkt in den friedhof wollen aber so country club haben wir hier für die reichen tatsächlich würde ich vorschlagen machen wir mal hierhin weil ich würde ja ganz gerne auch ja was soll man dazu sagen ich würde ja ganz gerne auch hier wohngebiete weiter aufbauen deswegen machen wir es einfach mal hier hin das teil und bauen wir ein bisschen weiter hier an der infrastruktur ich glaube aber dieses monorail diese monorail hier braucht gar kein kreuz zu sein weil verdammt das habe ich alles zu viel weggemacht weil tatsächlich ja das so das reicht so weil hier vorne werde ich ja keine monorail hinbauen das ist ja da werde ich stadt erweiterung sowas wie gebetshäuser hin machen so genau damit die leute auch zufrieden sind so ein fußballstadion ja moment aber das gebetshaus erst mal wieder weg sorry machen wir hier mal ein zweitliga stadion hin so damit unsere stadt schön durch starten kann wunderbar freude und ja dann freue ich mich dass man wieder hier eingeschaltet habt bei sim city 4 wie es jetzt hier weiter geht unsere hauptstadt und genau dann machen wir hier mal den die verkehrsanbindung tatsächlich an den flughafen so und nach wie vor also bin wieder an dem sonter abend hier am start ach so da und nachmittag das weise ist das jetzt mittag oder nachmittag 1 uhr also 13 uhr gute frage mittags aber einfach mal mittag ach genau dieses tagungszentrum haben wir noch was das hier rein das wäre zu schön geworden wird das wenn das hier reingepasst hätte ne 9 wartet mal kann man es nicht was das bitter nur wegen der wohnung passt das nicht als das bitter verdammt was kriegen wir dann sonst hier rein ja dann machen wir hier halt rathaus hin in diese weil diese ganzen stadt erweiterung die haben wir noch gar nicht aufgebaut neue grund für ein gericht gerichtsgebäude liebe freunde papiertiger das ist ein bürokratie gebäude büro der bürokratie und jetzt haben wir hier auch wieder unsere bürgermeisterstatue sie mal einer an vorschlagen die brauchen keine straße anbindung die machen einfach mal hier rein dann machen wir hier halt so einen schönen öffentlichen platz hier ich würde vorschlagen wo ist jetzt das da büro der bürokratie ja machen wir mal wir haben ja genug geld also wir sind ja noch im plus wie ihr seht wir haben 20 millionen und das hier mal so und warum passt okay wir einfach mal ein paar grünflächen damit es euch schön gut geht hier den bewodern und dann machen wir kleine plasas ja würde ich vorschlagen noch kleine plasas dahin warum denn nicht der erholungseffekt muss ja muss ja auch gegeben sein und wir müssen einmal nochmal das gebäude hier umsetzen wegen der monorail da müssen wir darauf achten dass wir uns nicht hier verbauen wobei wartet man ich würde ganz gerne die ein stückchen weiter weg von der autobahn haben ist das ja mach das mal so bitte dann können wir ein bisschen platz sparen tatsächlich und hier vorne nochmal eine bushaltestelle und eine urbanstation damit ihr auch schön hier hinkommt liebe bürger sehr gut ja wir sind bei 20 billionen angekommen ihr hattet ja mal angefragt in den kommentaren bzw privat ob ich mich denn trauen würde eine herausforderung anzunehmen und zwar bei 100 millionen die stadt komplett neu zu starten und dann die ganzen verkehrssysteme im vor also vorher schon aufzubauen bevor wir anfangen zu bauen weiß ich nicht weiß ich nicht ob wir das ob ich das hinkriegen würde ohne scheiß weil das ist schon ja ich weiß ein anderer ansatz so habe ich vorher auch gespielt aber ich bin da immer pleite gegangen ich weiß auch nicht warum machen wir wartet mal gerade jetzt ein bisschen konzentrieren mach ich mal so hier hin zack wie gesagt ach guck mal jetzt haben wir das tageszentrum aufgebaut und schon kommen sie da hier mit dem neuen gebäude an also ich glaube ich trau mich das nicht ganz ehrlich und jetzt jetzt leuchtet gerade hier unser unsere neue kuckuck so die wir uns gekauft haben boah ein bisschen musik im hintergrund ich meine musik vom spiel überdeckt das wahrscheinlich aber ja okay dann machen wir jetzt hier jetzt ab okay machen wir hier mal eine straßenverbindung rein so boah da können wir sogar hier vorne können wir sogar wohngebiet hin machen ja geil dann machen wir das das ist dreimal vier ja nochmal dreimal vier genau passt wunderbar die sollten noch alles haben theoretisch aber dann machen wir hier zack 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 so perfekt so und ja dann gucken wir mal das ist natürlich alles öffentliche einrichtungen die wir uns hier bauen aber wie gesagt das ist nötig und wir haben hier noch eine fündige bürgermeisterstatue wo können wir die denn noch hinpacken jetzt oha oha was ist mit euch los hier habt ihr zu wenig umwelt wartet mal ohne verschwitzung nö eigentlich nicht müll mit dem müllproblem haben wir nicht müll wird schön exportiert hier wo ist die aktivität so gering weiß ich ehrlich gesagt nicht wartet mal da ist sogar nur ein wohlstand wartet mal verschmutzung mittel müll gering schule gering verkehrsgericht auch panel verkehrmittel verschmutzung ich denke mal bäume ihr braucht einfach bäume oder so für die umwelt hier so ein bisschen grüne lugge und so ja das kann tatsächlich gut sein ja so sieht es doch besser aus ja sehr gut okay ihr wolltet einfach bäume haben alles klar sehe ich ein wer will schon in einer stadt leben wo alles so geflastert ist ne aber ich gebe mir ja müde mit der gründung so ist es ja nicht ich mache ja schon mehr parks hier hin hier noch ein paar plazas hin so dann würde ich vorschlagen in der nähe vom flughafen das ich weiß nicht ob das so gut ist aber machen wir hier einfach mal neue einwohner hin würde ich vorschlagen ähm das war die dann mit einwandstraßen verbinden so und äh so genau so die dann so verbinden und so na das geht ja leider nicht ne das ist ja das blöde aber ist okay ist jetzt auch ein fünferfeld ne da machen wir ein viererfeld raus wunderbar und äh ich würde sagen dann machen wir hier oben den nochmal ne station und genau ich hoffe dass das spiel gleich nicht anfängt zu lecken weil ich bin gerade tatsächlich also ich spiele es jetzt heute als erstes zu city 4 weil ich bin gerade das neue resident evil am runterladen resident evil 1 hd remaster und also das remake und ähm wie gesagt ist installiert wahrscheinlich gleich und ich hoffe dass das nicht anfängt zu hängen jetzt hier woher haben wir zwei stationen nebeneinander ist natürlich doof aber ist okay ähm das sollte euch erstmal reichen hier und die verkehrsbelastung sollte eigentlich jetzt nicht so krass sein und die fahne raus oder was oh guck mal die fahne raus zum arbeiten ok die fahne raus zum arbeiten ah monowell ok die fahne raus zum arbeiten das ist interessant so gehen da arbeiten die gehen hier arbeiten fahren aber auch raus also höchst interessant das ist ein bisschen lang wahrscheinlich aber immer schon hin hier wunderbar dann speichern wir das mal das läuft ja wirklich sehr gut muss man sagen wir haben jetzt auch ein paar büro ein paar einwohner wieder so dann haben wir jetzt wie machen wir jetzt weiter ich denke mal ich würde vorschlagen dass wir hier weiter mit einwohnern machen frage ist jetzt natürlich die einbahnstraßen machen wir hier einfach mal bis hier ganz vorne aber müssen wir aufpassen wegen der Autobahnauffahrt genau so machen wir das ganze mal bis hier vorne hin äh nein stopp äh bis hier und dann bis hier und zwar hier schöne neue wohnungen hinbauen können ja weil das hier oder geht das ah das geht ah ok verstehe haben wir jetzt hier zwar 3x3 Fläche aber ist ok ah moment warum macht er da jetzt nur eine Auffahrt hin wartet mal ähm das ist gerade doof muss ich sagen machst du bitte eine andere Auffahrt noch verdammt müssen wir die erstmal abreißen so ich möchte gerne hier zwei Autobahnauffahrten wunderbar so alles klar dann passt das ja ähm gut das heißt dass wir das hier einmal so machen müssen die Einbahnstraße hier hinziehen ah perfekt wunderbar wunderbar so jetzt juckt gerade mein Auge ein bisschen kann man das abreißen ah wunderbar ok dann passt das doch sehr schön ankommen ah die Monorail ja ähm machen wir es so kommt ähm machen wir es so dann haben wir hier halt erstmal nur eine Verbindung verbindungen so sollte aber kein Problem sein also dann fahren sie halt erst hier hin und dann hier hin zu kommen das ist jetzt nicht das Ding denke ich äh gut ich würde schon ganz gerne noch eine Verbindung machen aber hm die wird dann denke ich mal hier unten hin kommen die Verbindung ne ja die Monorail Verbindung ok egal ähm machen wir erstmal euch ein paar Stationen mhm so weil ihr solltet alles haben ihr solltet Bildungseinrichtungen haben ihr solltet Schulen haben ihr habt eigentlich alles da solltet euch mal nicht beschweren so dann mache ich noch eine schöne U-Bahn hier hin ja ziemlich viel äh Frickelarbeit wenn man neue Gebiete erschließt aber das ist halt wir haben halt so ein mega komplexes Verkehrsnetz hier ne so dann ziehen wir das mal so weiter so zack wunderbar und da kann es los gehen Parks bräuchte man vielleicht noch mache ich dann hier vorne hin oder nee Quatsch Parks haben sie erstmal genug würde ich vorschlagen so dann könnt ihr mal hier euch hochziehen so wunderbar ah geschenkt nein danke das hier kann auch weg so Wolkenkratzer und dann machen wir hier eure äh kleinen Grünflächen wo sind sie da kleine Grünflächen kleine Grünflächen kleine Grünflächen so dann haben wir jetzt hier schöne neue Wogebiete die perfekt angeboten sind und dann machen wir hier noch mehr weil wir es einfach können so perfekt sehr schön so dann würde ich mal gerne wissen wo fahrt hier hin ich weiß noch dass ich hier hin okay ähm fahrt tatsächlich hier hinten hin der hochbahn so so u-bahn pendelverkehr mittel sehr schön läuft freunde läuft das spiel 11.000 11.000 dollar im plus eben meine Güle richtig krass und ja dann würde ich vorschlagen gucken wir uns mal ein paar stadtparameter an gleich ja die da oben sind wieder arbeitslos komischerweise das liegt daran weil ich im moment mehr wohnungen baue als jobs ne deshalb so ähm dann äh mach aber erstmal ich mach aber erstmal bitte diese monorail verbindung hier hin ui was kommt denn da schickes schick so machen wir hier mal den schließen wir mal hier den kreis na komm schon schließt den kreis ui was haben wir denn hier moskow red oha moskow ok ich sag kein ich sag doch nichts zu ist mir auch relativ ja was soll man dazu sagen ich enthalte mich so ok ähm gut dann machen wir hier nochmal den kreis zu alles klar genau dann machen wir natürlich so und hier so dann haben wir ein schönes netz hier machen wir ein kreuz verkehrssysteme aufbauen macht eigentlich auch spaß ähm gefällt mir und ich würde sagen wir machen mal nachbarschaftshandel kaufen kaufen mal mehr als genug energie und wasser so exportieren hier und hier können wir noch oh ja sehr gut ok zack schon zu die kosten hoch gesprungen aber das reicht noch wir haben noch genug platz so sim suchen büros habe ich da gerade gesehen ähm ich würde ja vorschlagen dass wir jetzt hier äh wartet mal ich würde gerne eine äh so ähm kannst du das nicht verbinden doch kannst du wunderbar ähm hier würde ich gerne eine Allee hinziehen wenn ich denn darf darf ich sehr gut ähm weil Alleen kann man ja auch nutzen ne das ist ja ähm damit die Leute schneller zur Arbeit kommen und das dann würde ich jetzt nämlich vorschlagen machen wir hier vorne mal ein riesiges Gewerbegebiet hin so das passt ja perfekt mit der Straße da rein ne ah das macht Spaß das macht Spaß so hier nochmal ein bisschen was für die grüne Lunge was sterben für Profit hab ich das richtig gelesen so wir sehen uns unsere Umwelt aus der Verkehr geht nach rechts das ist sehr gut Umwelt ist ja rot hm weiß ich nicht das kann man nicht verhindern denke ich dass da die Umwelt im roten Bereich ist aber hey so dann machen wir hier so ein Gewerbezentrum rein würde ich vorschlagen ziehen die Alleen mal weiter kann man hier eine Brücke machen da kann man gucken äh wir können sogar die Höhe verändern boah machen wir mal eine richtig große Brücke da zack ja schön mal schaut jetzt rein sieht schon cool aus und oh jetzt haben wir hier einen Berg hm was zur Hölle was hat das Spiel gerade getan was zur Hölle hat das Spiel gerade gemacht aber ist ok kommt ähm dann machen wir das halt anders fangen wir erstmal hier mit unserem Gewerbepark an so ähm genau Bus und U-Bahn weil die Bushaltstelle ist ja auch mit der Autobahn verbunden das ist ja so witzig hier und äh boah Bus haltestelle U-Bahn damit ihr euch auch nicht beklagt hier dass ihr keine Verkehrserbindung habt ne so wie sieht es hier aus kann man hier eine Station ne dachte ich mir ok das ist schade aber nicht so wild bei Gewerbegebieten so dann machen wir mal würde ich vorschlagen äh 4x4 4x4 na na komm schon hallo ich möchte jetzt nicht an der wie wie ah ok wunderbar ja ihr kriegt gerade Büros alles klar wunderbar hier ähm dann machen wir hier nochmal bisschen was zu dem Berg hoch noch so wunderbar ähm dann können wir hier ähm weitere Plases aufmachen ach guck mal was da schon wieder kommt hier das ist richtig krass wir hier einfach diese Plaza hin machen so wunderbar ähm wow richtig schick hier haha Tiberian Tain First naja Tiberium wieder da haben wir wieder äh eine Anspielung auf Kommande Conquer ähm ziemlich interessant guck mal was dem City 4 hier macht aber ist ok gut ja dann haben wir jetzt hier den Brückenbereich da können wir hier auch nochmal Jobs hin machen boah äh am besten genau so genau so schön hier hin ziehen ich hätte das halt gerne mit der ähm Brücke hier verbunden aber das geht leider nicht glaube ich aber unter die Brücke kann man auch nichts bauen ne ne leider nicht ok schade aber hey hier können wir eine Station hin machen das ist sehr cool genau hier zack mach einfach mal so hier rein wunderbar und schon ja schon kommen sie da mit neuen Gebäuden an zack zack ja das macht richtig Spaß muss ich sagen richtig Spaß so dann gehe ich jetzt noch einmal kurz raus und würde gerne mal schauen also in die Region meine ich wie das Verhältnis ist zwischen Jobs und Einwohner wir haben zu viele Jobs wir haben zu viele Jobs leider das heißt wir müssen hier vorne bei der Brückenstelle Einwohner machen aber das passt ja das ist ja abgetrennt von dem Gewerbebereich gut dann machen wir halt Einwohner wir haben eine Einbahnstraße rein 1,2,3,4 so ah die Meldung da wunderbar gut sollte erstmal passen so dann ich denke mal ihr habt ja noch alles oder habt ihr alles habt ihr Polizei habt ihr wunderbar sehr schön ich sag immer wunderbar warum Feuerwehr habt ihr ganz knapp ganz knapp machen wir hier hin so schule habt ihr wunderbar sehr gut ich sag jetzt nicht noch mal wunderbar krankenhaus habt ihr auch gut alles klar dann können wir loslegen sehr schön zack hier ja so und ich hab ich hab noch vergessen hier äh ah ah ok deshalb ich hab ah nein was hab ich denn jetzt gemacht verdammt mal warum baust du eine Straße mach das mal wieder weg hier hier und irgendwie braucht ihr noch Bus und U-Bahn Verbindung Bus Haltestelle Bahnstation das geht voran hier ah da kommt ein Drachengebäude geil Freunde das ist echt geil das Drachengebäude wunderbar sieht das aus hier so Bandage Blues ja ich hab mir gedacht dass ich hier ein Krankenhaus aufbauen muss ja alles klar dann machen wir das Krankenhaus so mach das mal so hier so hin genau ah geil guck mal da haben wir noch eins von oder ja das werde ich aber auch wieder unter Denkmalschutz stellen damit die das nicht abreißen so wunderbar ich sag immer wunderbar so dann habt ihr aber auch genug Jobs natürlich Handelverkehr sollte aber auch nicht so schlimm sein ne Mittel ja passt das ist okay oh und wir haben das Folgenende erreicht gut liebe Leute da möchte ich einfach mal sagen wenn euch diese Folge gefallen hat dann lasst mir doch mal gerne mal ein Like oder Apo da lasst die Glocke läuten eh würde ich mich sehr freuen jetzt gerne weiter den Kanal und wie es hier weiter geht sehen wir dann beim nächsten Mal und ja da würde ich sagen ich euch einen schönen Abend oder schönen Dach ne tschü tschü die immer noch die so hier